So, herzlich willkommen bei SOSA Trading. Heute darf ich es euch hiermit noch unsere letzte Lagerhalle vorstellen. Und zwar seht ihr hier, unsere Regale sind randvoll gefüllt mit Haushaltswaren, Multimedia, Deko, als auch Textilien. Und hier noch ein ganz besonderer Posten. Es handelt sich hierbei um Multimedia-Geräte. Jedoch kann ich hiervon nichts aufmachen, dadurch, dass es auch original zu bleibt. Und falls euch Hilfe interessiert, dürft ihr jederzeit bei uns hier einen Besichtigungstermin vereinbaren, um euch diese Paletten vor Ort anzuschauen. Es handelt sich hierbei um einen ganz speziellen Posten. Und den einen oder anderen wird er schon bekannt sein. Zudem haben wir hier nochmal ein Hell. Davon werden wir nächste Woche 12.000 Kilogramm beladen für einer unserer Drittländer. Hiervon habt ihr noch knapp einem LKW, noch bei uns auf Lager. Zudem kann ich euch hier anbieten, eine Packliste pro Palette. Und ihr habt hier Datengeräte dabei, als auch nochmal in dieser Liste zu sehen, ganz viele verschiedene Geräte, wie zum Beispiel Kreissägen, als auch Bohrmaschinen. Es sind auch Kettensägen dabei, Rasenmäher, Benzinbetrieben, als auch Akkubetriebene. Und wie bereits erwähnt, dürft ihr hiervon jederzeit auch bei uns nachbestellen. Und dann zeige ich euch hier nochmal unsere Ware im nächsten Regal. Es handelt sich hierbei überwiegend um Retoure, nur für bestimmte Länder. Und ihr habt die ganzen Regale hier komplett ran gefüllt. Wir sind keine Vermittler. Ihr könnt hier direkt bei uns die Ware beziehen und jederzeit bei uns anfragen. Das war es auch vorab von mir. Meldet euch sehr gerne. Und vor allem haben wir hier wieder unsere Sasa Premium Mixboxen. Diese könnt ihr wieder ab sofort nachbestellen. Und diese sind ab sofort auch verfügbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es von mir. Habt ein schönes Wochenende. Das war es von mir.